In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man den Flächenhalt vom Parallelogramm und Dreieck mit Hilfe des Vektors oder Kreuzprodukts ausrechnen kann. Für den Anfang eine kleine Übersicht. Alles fängt eigentlich an mit dem Flächenhalt eines Parallelogramms. Und das wollen wir uns jetzt natürlich ein bisschen vorstellen. Also wir haben hier ein Parallelogramm ABCD und wir möchten sein Flächenhalt bestimmen. Dabei gehen wir davon aus, dass die Eckpunkte ABCD oder die Koordinaten der Eckpunkte bekannt sind. Wenn man jetzt das Ganze versucht über die klassische Formel auszurechnen, die klassische Formel wäre einfach Grundseite mal Höhe, würde man schnell merken, dass noch einiges fehlt, um den Flächenhalt dieses Parallelogramms zu bestimmen. Stattdessen werden wir dann zwei Vektoren hier wählen, zum Beispiel ausgehend von der Ecke A, AB und AD. Und den Flächenhalt mit dieser Formel ausrechnen. Anhand dieser Formel kann man den Flächenhalt dieses Parallelogramms mit dem Betrag aus dem Vektorprodukt der Vektoren AB und AD. Auf die Herleitung dieser Formel werden wir natürlich an dieser Stelle verzichten. Mir geht es in diesem Tutorial nur um den reinen Anwendungsfall. Und wie die Formel genau anzuwenden ist, sehen wir natürlich gleich anhand eines Beispiels. Davor noch eigentlich eine gute Nachricht. Und zwar, es geht um den Flächenhalt eines Dreiecks. Und die gute Nachricht ist, dass jeder Dreieck die Hälfte von einem Parallelogramm ist. Aus diesem Grund, wenn wir den Flächenhalt eines Dreiecks möchten, dann wählen wir wieder ausgehend von einer Ecke zwei Vektoren. In diesem Fall habe ich jetzt natürlich wieder AB und AD ausgewählt und können einfach die linke Formel mal ein Halb nehmen oder den Flächenhalt des Parallelogramms halbieren. Damit kann man sehr einfach auch den Flächenhalt von einem Dreieck bestimmen. Und hier ist natürlich die erste Beispielaufgabe und wir wollen die Fläche eines Parallelogramms bestimmen. Also, die Aufgabenstellung lautet, die Punkte A, B, C und D sind die Eckpunkte eines Parallelogramms. Bestimme den Flächenhalt. Es schadet natürlich nicht, sich das Ganze als Planskizze vorzustellen. Also, hier haben wir ein Parallelogramm mit den Eckpunkten A, B und C. Und wir haben bereits schon vorher besprochen, dass wir ausgehend von einer Ecke des Parallelogramms, in diesem Fall A, zwei Richtungsvektoren brauchen. Also, AB und AD. Die Formel, die wir auch davor angeschaut haben, sah entsprechend so aus. Also, die Fläche von A ist Betrag aus den Vektoren AB und AD. Und spätestens jetzt ist es natürlich klar, wir müssen diese zwei Vektoren bestimmen. Zuerst werden wir den Vektor AB bestimmen. Und das bedeutet natürlich, wir rechnen einfach B minus A. Also, Vektor AB ist dann gleich. Ich verrechne gleich die zwei Punkte miteinander. Also, bei B minus A haben wir dann 7 minus 1 sind entsprechend 6. 4 minus 1 sind 3 und 7 minus 1 sind wieder 6. Außerdem brauchen wir noch den Vektor AD. Und das ist natürlich dann D minus A. Minus 1, minus 1 sind entsprechend minus 2. 3 minus 1 sind 2. Und minus 7 minus 1 sind minus 8. So, als nächstes müssen wir sie miteinander verrechnen, und zwar im Vektorprodukt. Ich werde dann hier schreiben, AB kreuz AD ist gleich. Und das können wir als Nebenrechnung an der Seite machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Kreuzprodukt auszurechnen. Ich werde jetzt das nutzen, was man am häufigsten nutzt. Und zwar, man schreibt die zwei Vektoren untereinander. Ist auch ein relativ einfaches Schema. Und nachdem man die abgeschrieben hat, also wir haben hier nochmal minus 2, 2 und minus 8, streicht man die erste und die letzte Zeile und fängt an über Kreuz zu multiplizieren. Entsprechend haben wir dann erstmal 3 mal minus 8 sind minus 24. Und dann kommt ein Minuszeichen und 6 mal 2 wird gerechnet. Danach können wir sie auch zusammenfassen. Dann die zweite Runde. 6 mal minus 2 sind minus 12. Dann kommt wieder ein Minuszeichen. Dann 6 mal minus 8 sind minus 48. Und die letzte Runde. 6 mal 2 sind 12. Minus 3 mal minus 2 sind natürlich minus 6. Dann können wir das Ganze auch noch zusammenfassen. Entsprechend haben wir dann in der ersten Zeile minus 36. Dann minus 12 plus 48 sind natürlich 36. Und 12 plus 6 sind 18. Also das ist das Ergebnis von diesem Vektor oder Kreuzprodukt. Und das tragen wir auch hier ein als Zwischenergebnis. Minus 36, 36 und 18. Anhand der Formel, und jetzt können wir sie anwenden, müssen wir noch den Betrag oder die Länge dieses Vektors bestimmen. Also jetzt können wir eigentlich in die Formel einsetzen und sagen, Betrag aus Vektor AB kreuz AD ist gleich Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat und alles aufsummiert. Wir haben dann 36 hoch 2. Das Minuszeichen bei der Koordinate können wir weglassen, weil das wird sowieso alles quartiert. Plus nochmal 36 hoch 2 und plus 18 hoch 2. Und jetzt könnten wir beispielsweise alles auf einmal in den Taschenrechner eintippen. Und als Ergebnis kommen dann 54 Flächeneinheiten raus. Oder abgekürzt FE. Auf diese Weise, und sehr schnelle Weise, kann man dann problemlos den Flächenhalt eines Parallelogramms bestimmen. Als nächstes möchten wir natürlich die Fläche eines Dreiecks bestimmen. Also die Punkte A, B und D sind die Eckpunkte eines Dreiecks, bestimmen den Flächenhalt. Selbstverständlich habe ich die gleichen Koordinaten wie vorher genommen, damit wir jetzt nicht die Zeitverschwendung und neue Vektoren ausrechnen. Also wenn wir auf das Dreieck schauen, wir müssen ausgehend von einer Ecke des Dreiecks, in diesem Fall werde ich natürlich wieder A nehmen, die zwei Verbindungsvektoren bilden mit den anderen Eckpunkten, also AB und AD. Und das haben wir alles schon vorher erledigt. Deshalb können wir gleich die Formel anwenden. Also wir müssen einfach nur das Ergebnis von vorher halbieren. Entsprechend wird dann die Fläche 1,5 mal Betrag aus diesem Vektorprodukt sein. Und das war ja zur Erinnerung 54, waren es 54 Flächeneinheiten. Also für das Dreieck haben wir dann entsprechend 27 Flächeneinheiten. Damit uns nicht langweilig wird, habe ich an dieser Stelle noch eine weitere Aufgabenstellung ausgewählt. Und zwar, wir nehmen an, dass wir für dieses Dreieck auch eine passende Höhe bestimmen wollen. Und zwar die Höhe, die vom Punkt D auf die Kante AB trifft. Wenn ihr das Dreieck anschaut, wäre es natürlich dieser Höhe. Und selbstverständlich trifft die Höhe immer orthogonal auf die Kante. Natürlich gibt es in der Vektorgeometrie verschiedene Ansätze, mit denen man diese Höhe berechnen könnte. Wir würden natürlich einen Ansatz wählen, wo wir auch diesen Vektor oder Kreuzprodukt benutzen. Aus diesem Grund versuchen wir uns erstmal an die klassische Formel zur Berechnung des Flächenhalts eines Dreiecks zu erinnern. Also das ist die Formel, die man normalerweise in der 5. oder 6. Klasse lernt. Und die lautet, 1,5 mal Grundseite mal Höhe. So, bezogen auf unsere Figur wäre die Grundseite natürlich die Länge dieser Kante AB oder anders formuliert die Länge des Vektors AB. Also das ist das klein g. Und das ist die von uns gesuchte Höhe. Deshalb können wir an dieser Stelle dafür auch schreiben, 1,5 mal Betrag oder Länge des Vektors AB. und mal die Höhe. Außerdem haben wir noch für die Fläche des Dreiecks diese Formel hier. Und weil es sich um die gleiche Fläche handelt, können wir die zwei Formeln natürlich auch gleichsetzen. Das sieht dann wie folgt aus. 1,5 mal Länge von Vektor AB mal H ist gleich 1,5 mal der Betrag des Vektorprodukts zwischen den Vektoren AB und AD. Nicht vergessen, unser Ziel ist die Höhe zu bestimmen. In erster Reihe sollte euch auffallen, dass ich dieser 1,5 auf beide Seiten wegkürze. Oder wir können auch die ganze Gleichung mal 2 nehmen, damit verschwindet es auch. Und was noch rüber muss, ist natürlich die Länge des Vektors AB. Also, an dieser Stelle teilen wir durch Betrag von AB. Und dann haben wir für unsere Höhe H ist gleich Betrag aus dem Vektorprodukt AB kreuz AD durch die Länge des Vektors AB. So sieht das dann aus. Betrag aus dem Vektorprodukt haben wir eigentlich schon vorher ausgerechnet. Das war ja indirekt genau der Flächeninhalt für unser Parallelogramm, also 54. Was wir an dieser Stelle noch brauchen, ist die Länge des Vektors AB. Die können wir ganz einfach bestimmen. Vektor AB haben wir bereits schon ausgerechnet. Zur Erinnerung, das war ja B minus A. Entsprechend 6, 3 und 6. Und wenn man die Länge dieses Vektors ausrechnet, hat man dann an dieser Stelle Wurzel aus 6 ins Quadrat plus 3 ins Quadrat plus 6 ins Quadrat sind dann praktisch 36 plus 9 und plus 36. Da kommt 81 raus. Und Wurzel aus 81 sind natürlich 9 Längeneinheiten. Das können wir jetzt in unserer Formel nutzen. Also oben haben wir 54 und unten haben wir 9. Entsprechend hat die Höhe dann 6 Längeneinheiten. Also auf diese Weise kann man auch die Höhe des Dreiecks bestimmen. Bevor wir gleich zum Ende dieses Tutorials kommen, will ich euch eine kleine Übersicht über weitere Anwendungsfälle geben. Also, wir haben angefangen mit dem Flächenhalt eines Parallelogramms. Allerdings, zur Erinnerung, gibt es noch drei weitere spezielle Parallelogramme. Und zwar als erstes der Quadrat, dann das Rechteck und dann die Raute. Okay, um ehrlich zu sein, bei Quadrat und Rechteck lohnt es sich nicht, diese Formel zu nehmen. Ich glaube, die klassischen Formeln führen viel, viel schneller zum Ziel. Allerdings bei der Raute, wenn man jetzt nicht mehr die klassische Formel in Erinnerung hat, wäre es auf jeden Fall günstig. Außerdem, genau so sieht es eigentlich auch beim Dreieck aus. Natürlich kann man diese Formel einmal für den allgemeinen Dreieck anwenden, aber es gibt auch spezielle Dreiecke, wo man das auch anwenden könnte. Wie zum Beispiel bei dem rechtwinkligen Dreieck oder gleichschenkligen Dreieck oder gleichseitigen Dreieck. Also auch hier könnt ihr, bevor ihr anfängt, andere Formeln zu suchen, gerne diese Formel nehmen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Außer dieser Anwendungsfall, was wir gerade gesehen haben in Bezug auf die Flächenberechnung, kann das Fektorprodukt noch viel, viel mehr. Man kann damit auch Volumen berechnen, zum Beispiel von einem Spad oder von verschiedenen Pyramiden. Man benutzt es auch sehr oft bei der Umformung von Ebenen. Und es gibt natürlich auch noch weitere, jetzt nicht so wichtige Anwendungsfälle. Trotzdem, wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht.